So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Hüpfe in Menschen of Power auf Geisterschächten herum. Ihr seht, 4,525 liegt daran, weil ich gerade schon mal reingegangen bin, wollte nur mal gerade selber gucken, wie das Ganze funktioniert. Aber ist recht simpel. So, ich zeige euch auch direkt, wie der Weg ist. Dann, wie gehabt, ich kann nur Danke sagen. Deswegen, also, die Zahlen, die wir zur Zeit erreichen, davon hätte ich, was heißt hätte, davon habe ich eigentlich geträumt. Und das ist, denke ich mal, erst der Anfang. Aber ich weiß selber, das kann auch ruckzuck wieder nach unten gehen, weil Fortnite ist einfach so, wenn es zur Zeit, das Beste war als der Surfer, also als das Event war mit diesem, sagt schon, mit dem Weltraum, wo drei Tage Fortnite gar nicht funktioniert hat. Da war dann nichts mehr mit Klicks. Aber ich sage auf jeden Fall trotzdem noch mal vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Und als Dankeschön von mir gibt es natürlich auch morgen im Livestream zwischen 18 und 19 Uhr ein Skin verschenkt. Also, wenn du auf jeden Fall ein Skin haben willst, gerne ein Abo dalassen, ein Like dalassen, Glocke aktivieren, damit du mitkriegst, wann ich streame. Weil, ist klar, ich habe gesagt, ich gebe auf jeden Fall was zurück. Ich werde auch öfters zeigen, was ich so bekomme durch euch. Gut, Creator-Code darf ich natürlich nichts verraten. YouTube ist es erlaubt. Also, ich bin da ziemlich offen. Ich will da auch nichts verheimlichen in dem Sinne. Und, wie gesagt, ich kann immer wieder nur Danke sagen. Wenn du aber von mir was haben willst, wie gesagt, oben links steht mein Name. Auf jeden Fall schon mal eine Freundesanfrage schicken. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht suche ich mir auch irgendwann mal einfach irgendeinen aus, der online ist. Aber das mache ich natürlich im Stream. Und sage einfach mal, weißt du was, hast du schon eigentlich die in die Spitzhacke? Und dann kommt, nein, na gut, dann schenke ich sie dir jetzt. Also, in dem Sinne, Freundesanfrage lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir erstmal rein, was die Aufgabe betrifft. So, Menschen auf Power, ab, auf die Gräben springen. So. Ich dachte, man müsste da groß rumsuchen. Aber es war sehr, sehr simpel. Ich weiß nicht, ob ihr auch so gestartet seid. Aber eben bin ich halt auf dem einen Friedhof da direkt gelandet. Und bin quasi schon direkt auf diesem Grab gelandet. Direkt. Also, es war ganz komisch. So, in sechs Sekunden geht's los. Die Aufgabe so ruckzuck rum. Also, ihr braucht da nicht viel machen. So. Komm, geh rein. 80 Frames pro Sekunde. 80, 80. Wann kommt der Drop? Komm. Ja komm, starte. Halt uns nicht so lange auf die Folter. Beziehungsweise spann. Und. Einmal. Ihr müsst nämlich gar nichts machen. Ihr geht einfach in die Runde rein. Und springt. Und springt. Und springt. Dann könnt ihr euch auch mal drehen. Oh. Doch, ihr müsst euch doch ziemlich mittig bewegen. Und springt. Und springt. Und springt. Ah, da ist nur noch eins. Kommt man da rüber? Nee. So weit springt der nicht. So. Das Ganze dann noch dreimal. Und schon haben wir das. Warte. Den finalen Sprung. Für Stump-Mail. Man kennt. Nein. So. Mehr müsst ihr nicht machen. Wie gesagt. Es kann auch sein, dass ihr eher woanders das spawnt. Aber ich meine. Man springt immer hier raus. Sicher bin ich mir aber jetzt nicht. Ich hoffe. Ich konnte halt wie gesagt damit helfen. Lass mir gerne ein Abo dafür da. Ein Like nicht vergessen. Schreibt von mir so gerne was in die Kommentare. Bis jetzt antworte ich jedem. Und wenn es nur mit dem Smiley ist. Wenn einer Fragen hat. Bekommt er von mir auch eine Antwort. Wenn YouTube mir das Ganze auch zuschickt. Das ist nämlich irgendwie anscheinend nicht immer so der Fall. Und dann würde ich sagen. In dem Sinne. Haut rein. Viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt. Ich habe gleich alle fertig. Ihr werdet sie alle auf meinem Kanal finden. Einfach die Aufgabe so wie sie da steht eingeben. Auf meinem Kanal werdet ihr sie definitiv finden. In dem Sinne sage ich dann mal. Haut rein.